Thema Aufstellen von Geradengleichungen. Also Beispiel 1. Wir haben eine bekannte Herstellungskosten. Die betragen 1,25 Geldeinheiten pro Mengeneinheit. Das sind die variablen Herstellkosten. Also jedes weitere hergestellte Stück kostet 1,25 Geldeinheiten. Und noch eine Information. Wenn ich 20 Mengeneinheiten produziere, habe ich Gesamtkosten von 65. Wir suchen eine lineare Gesamtkostenfunktion. Linear, anderes Wort für Gerade. y gleich m mal x plus b. Wichtig zu wissen, dass die variablen Stückkosten immer der Steigung der Geraden entsprechen. Jede Mengeneinheit kostet 1,25 Geldeinheiten. Dann ist doch logisch, dass ich praktisch, um die Kosten zu ermitteln, diese Zahl mit der Menge mal nehmen. Mit der Menge multipliziert. Bei 20 Stück habe ich 20 mal 1,25. Das macht dann am Ende die Steigung der Geraden aus. Hier könnt ihr euch ein Koordinatensystem vorstellen. m ist die Steigung. Die haben wir jetzt schon. 1,25. Was wir noch nicht haben, ist der Achsenabschnitt b. Aber wir haben ja noch unsere Info. 20 Mengeneinheiten, 65 Geldeinheiten. Dann, klare Sache, setze ich die 20 Mengeneinheiten ein. 65 Geldeinheiten bekomme ich raus. Plus b. So, und dann müsst ihr hier einfach noch multiplizieren. 1,25 mal 20 gibt 25. Und 65 minus 25 gibt 40. Genau. So, dann habt ihr die Aufgabe schon fertig. Ihr habt eine Gerade, die die Gesamtkosten beschreibt. Okay, nächste Aufgabe. Wir haben eine ganz analoge Situation. Wir brauchen den linearen Zusammenhang von Menge und Preis. Das ist alles die gleiche Formulierung. Wir brauchen wieder linear, wir brauchen eine Gerade. x ist die nachgefragte Menge, p ist der Preis. So, diesmal haben wir halt eben nicht das m direkt gegeben, sondern müssen wir uns überlegen. Es gibt hier im Prinzip drei Möglichkeiten, die dargestellt sind. Okay, also, erster Schritt, oder erste Möglichkeit. Ihr macht einfach eine Punktprobe. y gleich mx plus b nehmen. Für y 3,25. Für x 100 einsetzen. Dann habt ihr die erste Gleichung. Zweite Gleichung. Für y 2 einsetzen. Für x die 200 einsetzen. Dann habt ihr die beiden Gleichungen. Hier wird jetzt diese Gleichung mit minus 1 multipliziert. Dann sieht sie so aus. Und dann könnt ihr die beiden Gleichungen addieren. Dann fällt plus b minus b weg. Und ihr habt 1,25 gleich minus 100 m. m hat dann minus 0,0125. So, dann können wir den Wert einsetzen. m gleich minus 0,0125 einsetzen. In die Geradengleichung. Also denkt euch hier ein minus 0,0125 hin. Dann nehmen wir einen der beiden Punkte. Hier ist jetzt der Punkt 200 für x und 2 für y genommen. Wurde noch eingesetzt. b gleich 4,5. Dann haben wir die Gerade. Oder aber ihr wendet die Formel an, die ihr bestimmt auch schon öfter angewendet habt. Oben tut ihr die Differenz der y-Werte machen. Das hier minus das. Unten die Differenz der x-Werte. Das hier minus das. Dann habt ihr die Steigung. Und dann setzt ihr wieder einen Punkt ein. Okay. Hier, ihr könnt auch so schon mit dem CAS das LGS lösen. Also diese Abfolge hier könnt ihr mit dem CAS auch machen. Einfach praktisch die beiden Gleichungen eingeben. Das ist dann insbesondere dann vorteilhaft, wenn ihr dann mal drei Gleichungen mit drei Unbekannten habt. Dann ist nämlich diese Rechnung deutlich länger.